Je nachdem, werden wir doch sehen wie es klappt. 9, 8... Mach Platz! Mach Platz! Lass dich rein! Komm Täter, das Ding los! Nein! Der ist verreckt! Ich bin verreckt, egal. Warum hast du dich nicht mit hintergequetscht hinter das Ding? Bist du wenigstens rausgekommen? Ja, dann war es das wert. Danke! Ein Opfer! Oh Mann! Macht die Splinte nicht genau das? Splinte machen nur Brüche weg. CMS, dafür hat die Menschheit das CMS erfunden. Splint macht nur einen Bruch. Vor uns sind Spieler, glaube ich. Was heißt vor uns? Die Strommasten entlang. Aber ich glaube, er geht weg. Er will auch zum Extraction Point. Den habe ich nur kurz rennen sehen. Ne, der sieht mich, der sieht mich. Der steht da beim dritten Strommast. Okay, wo bist du? Bist du schon links drüben? Ich muss mich wahrscheinlich jetzt pushen. Ich gehe links am Strand. Ihr geht ja die andere Seite. Ich gehe links am Strand. Ihr geht ja rechts, ne? Ich bin oben, sozusagen. Ja, ja, ja. Ich weiß. Minus. Einer ist Minus. Der andere auch. Der andere auch. Den habe ich. Okay. Beide Minus. Alter, wir sind Maschinen. Wir sind Tiere, man. Maschinen sind wir. Junge, Junge, Junge. Wenn das so weitergeht, muss ich das professionell machen. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, hab ich mich erschrocken. Lecko, Mio. Alter. Heute bin ich extrem schreckhaft. Also ich bin ja schon gut und gerne schreckhaft. Aber heute ist es... Heute ist es richtig angesagt. Nein, nein, nein. Ich bin bei dem Hidden Stash hier. Er steht vor uns am Strommast. Beim dritten Strommast. Also nicht den, den ihr euch vorsieht, sondern keinen weiter. Schießt du auch, ja. Schießt gerade, oder? Nein, nein, nein. Ich warte, bis er mich pusht. Ich bin hier hinterm Hügel. Rechts, rechts vom Strommast ist ein Hügel. Wo auch ein Hidden Stash ist. Im zweiten Strommast. Er kommt hier her. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ich wohne mich. Oh, nein. Leck mich doch am Arsch. Und direkt kein Bock mehr. Killer, Alter. Killer. Dieser Hurensohn. Was macht der denn da unten, Alter? Er soll sich oben in seine Mistbude verkriechen. Das dumme Arschloch. Ich bin hier aber auf die falsche Stasse gekommen. Ich bin hier aber auf die falsche Stasse gekommen. Da noch. Oh, ey, oh, ey. Rechts vom zweiten Strommast. Ja, wo fängt der Erste an? Rennt was oben. Ja, ja, ja. Der will mich pushen. Rennt was. Also der rennt jetzt in deine Richtung. Bist du noch hinter uns? Ja, ja. Nein, ich bin hinterm Hügel beim zweiten Strommast. Was ist denn der Zweite? Wo ist denn der Erste? Mensch, es ging. Vor mir rennt einer. Vor mir rennt einer. Wer rennt da vor mir? Was? Ich häng hier im Gebüsch. Dirk. Auf der anderen Straßenseite, ne? Bist du das, Matze? Hat einer. Hinter uns. Hinter uns, oder? Schießt. Ich hab... Ich hab einen Scaf erschossen. Ne, ich muss... Ich muss sagen... Ich find's wirklich gut so, wie es ist. Wahrscheinlich... Schalke dann... Ach, Mann. Ein Jammertal. So, Wilma. So sieht mein Programm heute auch aus. Ich geh' mal pushen. Du mal mit deinem zweiten Strommast. Dann müsste ich erstmal wissen, wo der Erste ist. Du Witzbold. Der zweite Strommast. Ja. Leute, hier ist hinterm Strommast einer. Ist das einer von euch? Hat jemand... Ich find das. 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 Ich find das aus irgendeinem Grund blutig wie ein Schwein. Ich krieg mich irgendwie nicht geheilt. Keine Ahnung. Hast du ihn niedergeknüppelt? Das war ein Scaf? Aber er hat, glaub ich... Ja, dann war es ein Scaf-Player. ...auf irgendwas anderes geschossen. Äh. 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 Tja. Da ist ein... Hier ist ein... Komm hier. Hier geht's, glaub ich, vor zu dem Gang, oder? Ja, hier geht's rum. Ja. Ja, ja, ja. Da wurde... Und dann... Und dann... Oh Mann, die Nade, alter! Ach Mann, die Nade, alter! Ohohoho, aber ohne's gesäppelt! Granate! Oh! Ich bin tot. Ach, schade. Ja, er ist hinter dem Container. Okay. Eins, jetzt fehlt es. Sind es nur noch... Ey, das war ein Spieler, Alter. Ehrlich? Ja. Wo seid ihr jetzt? Wir sind beim zweiten Strommast. Noch einmal zweiter Strommast, da erschieße ich dich, Alter. Nee, du... Ich sehe hinter mir schon zwei. Eins, zwei, dann wäre das drei. Ich weiß ja nicht... Wir sind beide am zweiten Strommast. Der erste Strommast... Sag mal, du verstehst... Jetzt mal ohne Flachsmatze. Von wo zählst du, von welcher Richtung? Pass auf, pass auf. Jetzt hören wir mal eine Minute zu, ohne dass du mir jetzt dazwischenredest. Wir haben uns das letzte Mal beim letzten Strommast, von dem wir gekommen sind, gesehen. Von diesem Strommast, der nächste, ist der zweite Strommast. Ich habe dich an keinem Strommast gesehen. Nein, ich habe dich an keinem Strommast gesehen. Ich war mit Türk im Wald. Wir waren im Wald. Ich habe keinen am Strommast gesehen. Ich bin down, der ist gehittet. Wo? Der ist bei den Treppen. Bei den Treppen, der ist stark gehittet. Cool. Aber seine beiden Kumpel sind tot. War der oben oder unten? Bitte? Oben. Er ist nach oben gerannt. Aber kann jetzt natürlich sein, dass er wieder runtergekommen ist. Er ist tot. Am zweiten Strommast rechts. Ich dachte, jetzt mal jemand, der Liebe würde mir irgendwas geben, dass ich meine Beine reparieren kann. Ich revanchiere mich dann weiter in der nächsten Runde. Ich gebe dir was. Ich habe keinen CMS, aber ich kann dir Schmerzmittel geben. Komm her, ich gebe dir CMS. Das Elend kann man sich ja nicht mit angucken. So, da liegt es. Da war ich. Bitte, bitte. Brauchst du mir auch nichts wiedergeben. Das geht auf Kosten des Hauses. Oh, ich habe ihn nicht mal gesehen, hinten im Dunkeln. Warte mal. Psst. Brauchst du mir auch nichts wiedergeben. 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 nein ist die knifft ja schon wieder so jetzt habe ich jetzt noch gar nicht angeguckt der ist bestimmt voll das war ich glaube ich weil er hat auf mich geschossen hat gesehen dass ich hier hoch gehe und hat von dem dritten strommaster links davon hat er auf mich geschossen da liegt doch dass der auf dich geschossen hat und das sind normale skates vor dem haus ja ich hab ich bin gestorben schon wieder deinetwegen gestorben weißt du warum jetzt bin ich auch wieder dran schuld wasser was ein im ernst ich bin ich habe die granate nicht gehört als sie geflogen kam weil du schon initial geschossen hast da habe ich die granate gar nicht so aber er hat ja gerufen granate tut das heißt ja auch das auch das habe ich nicht mehr gehört jetzt bin ich nur dran schuld weil wir am ballern war das nächste mal warte ich bis die granate hörsten anfang jahren zu schießen ja ich kann ich bin mich jetzt auch nicht schuldig muss ich sagen also ich kann nichts dafür schießt ja wenn ist das ist es doch uns gut stimmen das war ja das gef knifte die ich mit raus genommen haben jetzt kommt das gefange wackelt ja nein ach das kann doch jetzt nicht wahr sein geniege ach komm nee echt jetzt der kommt von hinten ich guck mir den typen gerade an der kommt von hinten erster schuss direkt in den kopf das gibt es doch gar nicht dafür hängt er vor lauter freud am stacheldraht ey ich sag es noch der kommt alter hörst du er echauffiert sich am stacheldraht das ist ein penner du führst du ich komm rein du bist im schuppen hier warbste ja 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 pass auf da hat vorne einer auf ins kopf geschossen ich weiß technisch technisch schon etwas am ende was war seine mission ich bin jetzt oben auf dem fels lassen wir uns da irgendwie gegenseitig umbringen warte ja du bist oben auf den felsen schon ja 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 da kommt einer euch entgegen und wo richtung hast du schon in Richtung warte ich hab ihn umgelegt achso ich bin unten hier an der an der tank wo der kleine und der kleine ähm stash ist hinter der mauer ich bin übelst angehintet wir können jetzt gleich direkt zu dem zu dem container gehen ja die zünder und das ich nehm das immer alles gar nicht mit weil ich immer auch nicht weiß was ist denn für ein container was sind für ein container der war noch hier ich war noch auf was auf den spieler wo ist der oder ist der tot ich glaube der ist tot oder der liegt vorne was Wo ist denn der hin? Ach, da liegt der. Da liegt der hier vorne, ne? Mausetot. Warte, ich will mal schnell nachklippen. Schön. 23. 20. Wahrscheinlich die gleiche Mission wie ich. Zucker für den Zuckerbaron. Der kommt rein, der kommt rein. Das sind zwei. Jetzt bin ich wieder beim Scrollen auf die Maustaste gekommen. Gut, erstmal in Ruhe. Oh, ne P90 haben wir gehabt. Level 46. Unschönen Rucksack. Terminator wie vor. Wollen wir mal in die, in die, in die alle gucken? Ne, mach's noch nicht, oder? Doch. Ich hab nichts. Wir trappeln den Skepp. Wir trappeln den Skepp. Das kenn ich noch gar nicht, das Teil. Ne 6er Armor. Ich sag doch, der hat ordentlich geschluckt. Einer ist Minus. Sehr gut. Ich zieh dich zurück, lass den anderen reinkommen. Ja, er kommt. Leakt. Ist noch einer. Da ist noch ein dritter. Das bin ich, das bin ich. Ach so. Ich dachte, du bist im Schuppen. Mann. Nein, ich hab gesagt, da ist ein dritter, aber. Ja. Und da läuft doch vom. Das ist die Anmut selbst. Die Scham ist von einer Herzlichen. Danke, Leute. Oh! Nein! Das ist die Anmut selbst. Die Scham ist von einer Herzlichkeit. Aber auch noch mehr Nächste. Danke, Jungs. Da ist ja einer draußen noch. Mann. Ich dachte, du bist ein Schuppen, Alter. Nein, ich hab doch gesagt, dass ich da rübergehe. Du hast doch auch geantwortet zu machen, Mutter, geh da nicht hin, weil die da snipen. Was denn, Ö? Na klar, hast du auch selber gesagt. Ich sitze im Schneidersitz, ja. Na gut, dann lege ich den um. Schnell ich noch den Bus. Das ist kacke. Das ist einfach vielleicht von rechts. Die Rocks von links. Er hört mich und trinkt erst mal. Kann man machen. Alter Schwede, ey. Ich dachte, ich wäre ja abgehauen. Ja klar. Wir sind vor der Stand. Das ist falsch. Alter, hast du was gegen leichte Blutung? Ich hab nur Heavy Bleeding. Ja, warte, ich bringe was rein. Ich schreck hier deinen Weg. Komm rein in die Hütte, schnell rein. Scheiße, zwei Stück hab ich. Wieso nimmst du nichts mit, Alter? Doch, ich hab gegen Heavy Bleeding. Was hab ich mitgenommen? Ich wusste ja nicht, dass ich leichte Blutung bekomme. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war es. Bis zur Los Angeles House. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.